Ich kriege wieder etwas ins Kleine. Einfach das mal real. Ich habe mehr Limiter. Ich habe mich in der Welt gefreut. Ich habe mich in der Welt gefreut. Ich habe mich in der Welt gefreut. Auf jeden Fall haben wir noch eine Mission in der Nähe verfolgen. Oder einen Auftrag oder was auch immer. Verlorene? Nein, nein, nein. Weltauftrag. Genau, der ist so nahe. Ich habe mich in der Welt gefreut. Oh, was ist denn da los? Oh, sie sind mir schon ziel gelaufen. Ach ja, mein. Ach ja, mein. Ach so, okay. Ich werde dich dann wieder ausfragen. Was hast du gehört? Oh nein, das ist so gut. Ich habe dich jetzt. Für heute bleibt er das Fuß, dass er besser ist. Okay, das ist ein bisschen besser. Ich bin Timaeus, Forschung von Alchemie, Willkommen in Mondstadt. Alchemie ist ein Künstler, der seit den alten Zeitungen wurde, aber es ist kaum zu verstehen. Ich bin Timaeus. Seine Mechanismen sind magische und mysteriöse, komplett anders als die Prinzipien, die unsere Verständnis von der physischen Welt. Wenn wir das tun können, können wir ein paar sehr großartige ... Das muss sein, dass du Arbeit von Alchemie ist. Das stimmt, warum nicht es dir selbst geben? Du bist gut. Die Prozedur ist eigentlich sehr einfach. Wenn du interessiert bist, kann ich dir die Basiken zeigen. Ja, cool. Oh, ich verstehe was sie sind. Ich verstehe was sie nicht. Ich verstehe was sie nicht. Ich verstehe das Wien nicht. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, dass wir alle die Gelegenheiten von Die Gäste voran, Wie soll es funktionieren? etwas völlig unbezüglich passiert. Hey! Du solltest keinen anderen Paimon bevor dieser Paimon! Unfortunately, meine Fähigkeiten sind nicht so advanced. Es gibt viele andere mysteriöse Recipes. Über den Kursen deines Geistens, du solltest du ein paar Alchemist-Notes von der Angelegenheit aus. Und als du Reaktion des Geistens erhöht, mehr Recipes werden für dich. Du bist willkommen! Ich freue mich, zu hören, mehr über deine Explo... Well, wir sehen uns nächste Mal. May die... Hä? Also, wir werden hier noch eingeführt. Ich glaube, wenn die Mission am Anfang auch nicht gemacht hat. Ähm... Ich weiß nicht, warum? Lass doch noch mal alles herstellen. Nein, das geht nicht. Mal die Route, ja okay. 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 Ich finde, ich habe eine Herstellung scheitert. Das verstehe ich mir besonders, oder? Ach, ich habe keine Frage. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen möchte. Ich mache einfach mal 4. Ich habe noch kein Problem mehr gesehen. Maske. Hülyghoorlan 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 Ja, ich denke immer mehr Steine sind doch besser, grundsätzlich. Jetzt haben wir noch ein Kristall gekämen und ein Nibel. Ja, machen wir mal zwei, drei. Ja, das hätte es mir früher sagen können. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, komm einfach mal alles für... Ja, das war's. Ja, das ist ja auch echt, okay. Okay, so am Backside. Ah, was ist das? Ah, das heisst mit drei Hörschern versucht wird, das heisst so, dass so versucht wird. Ah, das ist einfach noch, das heisst. Okay. Okay. Das ist doch der Abenteuer der Gelder. Ja, noch ein Ende. Ah, das ist es. Ah, nein, das ist nicht da. Ah, 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 das ist nicht da. Starfall! Cool it! Was ist das? How fortunate! Okay, ja. Keine Person. Und da nur so was neben Schauplätze klicken. Aber es ist ja immer gut. Was ist das? Das andere ist ja schön. Aber es ist... ... 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 Die sind gar nicht so niedrigstufig. Das muss meine neue Schwarz ziehen, wenn ich auf dem hab, dass das da jetzt so viel besser ist. Ah! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah So sorry Was ist die Runde? Das ist ein Freiburg. Ja, das ist gut. Oh, nice. Okay. 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 Catch the wind. Dodge this! Told you I'd win! Oh. So. So, Oh, da wird es dann mit der Landkreis zurück. Das war's für heute. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich werde dich da gehen! Das war's für heute. Ha! 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 Das war's für heute. Another target tracked down by Outrider Amber. Okay. 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 Bet you can't keep up with me You can't keep up with me wieder jemand mit der Haube hey 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 okay die nächste Woche die der nächste Volk ja